Ich war wertvoll für die Mannschaft, weil taktisch habe ich das gemacht, was der Trainer wollte. Und vielleicht zu viel überlegt, vielleicht schon zu viel als Trainer gedacht, sogar als Spieler. Meine Mannschaft muss vorbereitet sein für das Spiel und die brauchen keinen Hampelmann hinter der Bande, der da Zirkus macht, weil die müssen für ihre Aufgabe konzentrieren. Es ist mein Job zu vermitteln, wie ich in diesem Spiel spielen will. Wie ich da schon angesprochen habe, es läuft insgesamt in der Liga etwas falsch. Aber es ist für uns als Verantwortliche enormer Zwiespalt. Was will ich haben? Will ich unbedingt um den Aufstieg mitkämpfen, wo ich gegen Mannschaften spiele, die auch eine vierte Reihe mit Vollprofis besetzt und auch gegen die gewinnen muss? So, jetzt haben wir aber zwei Ziele. Zum einen Ziel, ja, ich will aufsteigen. Zum anderen Ziel, ja, ich will den Nachwuchs ausbilden und integrieren. Und das ist ein enorm, enorm schwieriger und schmaler Grad. Also… 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 Vielen Dank.